Freunde, schön, dass er wieder reingeklickt hat bei Scheibenweise. Ich präsentiere euch heute den Bluesboom aus UK. Genauer gesagt aus Belfast. Und da gibt es drei Power Trios, über die ich zu berichten weiß. Ja, was ist denn im Belfast los? Lauter junge Leute, die Musik machen wollen, ein Instrument lernen oder gleich in eine Band. Geht es in ernsthafte Musik oder wollen die nur den Mädels imponieren mit ihrem Können und ihrem Gesang am Lagerfeuer? Andere können ein bisschen auf den Töpfen rumklopfen und sie schleppen die Frauen ab. Oder wirklich Hard Blues, Blues, Rock und das Lebensgefühl, das der Blues hergibt? Das Lebensgefühl war natürlich nicht mehr zu vergleichen mit dem Leben aus den 20ern. Trotzdem, die Musik war die Grundlage, Leben zu beleben, schöner zu machen, erträglicher oder in Gemeinschaft Musik zu erleben. Und so wurde auch in den irischen Familien Musik gemacht. Und unsere jungen Leute wollten sich eigentlich abheben von dem Leben, das man hatte in Irland. Man wollte auch nicht so schuften wie die Eltern. Vielleicht schaffen sie es, mit Musik ein selbstbestimmtes Leben zu führen. So um 1967 rum gab es in Belfast den Maritim-Club. Und er bot jungen Leuten Auftrittsmöglichkeiten, auf der Bühne ihren Blues zu spielen. Ein 19-jähriger Rory Gallagher mit seiner Band Taste hatte dort laufend Auftrittsmöglichkeiten. Die hatten ein gutes Spiel, ein rauer Blues mit guten Riffs und das kam beim Publikum gut an. Die durften sogar eine Platte machen. Eine LP. Aber die erschien nicht. Rory Gallagher hatte echt die Schnauze voll. Er trennte sich vom Line-Up und ging nach London. Dort formierte er eine neue Taste. Rory war 20, wie er nach London ging. Und schnell hatte er seine Band zusammen. Ein Trio. John Wilson, Schlagzeuger, hochexplosiv und rhythmusstark. Und Charlie McCracken, schon ein betagterer Bassist, der aber den Anläufen von Rory durchaus standhalten konnte. Eine moderne, irische Fassung des Chicago Blues. Explosive Riffs, immer wieder Licks und auch in Solos verfahren. Dann wieder rhythmisches Riffing und eine Solo-Gitarre, die so ein Feuer und so ein Tempo abspulte, dass das Publikum total mitriss. Und somit schafften sie es, in London in kürzester Zeit zu Bekanntheit zu kommen. Polydor wurde aufmerksam und bot ihnen an, zwei Alben mit ihnen zu machen. Rory war Irre. In der nordwestlichen Küste von Irland wuchs er auf. Nicht weit entfernt von der nordirischen Grenze. Auch Belfast war auf Hörweite. Und der Ruf, dass dort musikalische Ambitionen zur Entfaltung kommen könnten, weil es eine Art Melting Pot war, hat ihn erreicht und total gereizt. Seine Familie hatte nichts dagegen. Sie haben ihm ja schon mit zehn eine Fender Stratocaster geschenkt, denen er seine musikalischen Ambitionen entwickeln konnte. Und in Belfast, das haben wir ja schon gehört, hat er eine prächtige Entwicklung genommen. Und dort traf er auf mehrere Musiker. Einer, dem geht es hier weiter, war Gary Moore. Auch Gitarrist, auch auf der Suche nach einer Band. Und auch Gary musste nicht mehr lange suchen. Die Band Skid Row suchte einen Gitarristen und Sänger. Und er traute sich singend zu. Gitarre spielen konnte er ja. Und sie kamen zusammen. Gary Moore wurde Mitglied der Band Skid Row. Gary war 17, als er in die Band Skid Row eintrat. Er hatte schon ausgesprochene Solo-Fertigkeiten an der Gitarre entwickelt. Eine Fingerfertigkeit, eine Geschwindigkeit und einen total druckvollen Sound, den er mit der Gitarre erzeugen konnte. Ihm fehlte es noch am Stil. In der Band war ein Sänger. Richtig ausgesprochen Phil Leinhardt, wie seine Tochter das noch einmal bestätigte. Phil Leinhardt und Gary Moore waren in einer Band, aber nur für eine Single. A- und B-Seite haben sie eingespielt. Der Leader der Band Skid Row bat Phil Leinhardt, die Band zu verlassen. Wir haben ja jetzt einen Sänger und einen Gitarristen. Und Phil Leinhardt ging. Er gründete Sin Lissy. Dazu später. Gary Moore, seit 17 Jahren, war ja im musikalischen Background schon durchaus aufgewachsen. Sein Vater war Promoter von Baleo in Belfast, einem Veranstaltungsort für verschiedene künstlerische Darbietungen. Auch für Bands. Gary hat schon mit sechs gesungen, keltische Sachen. Und da war ihm das Gefühl klar, er will auf die Bühne und Musiker werden. Er hatte auch schon frühzeitig eine Gitarre bekommen und somit entwickelte er seine Fertigkeiten. Bei Skid Row gab es auch keinen wirklichen Stil. Es war etwas suppig, schrubbelig. Die hatten schon gute Einfälle und die hatten auch ein druckvolles Spiel. Aber war es Rock, war es Blues, war es Hard Blues, war es Psychedelika? Phil Leinhardt war draußen auf Skid Row. Er gründete das Trio Thin Lissy. Und Gary machte in der Band weiter. Das erste Album der Band Skid Row, Skid, war kein großer Erfolg. Trotz Radioplay schafft es das Album lediglich auf Platz 30 der Charts. Die hatten einen Auftrag über zwei Alben und spielten somit ein zweites Album ein. Und Gary war wieder dabei. Und wieder fiel auf, dass der Gitarrist über besondere Fähigkeiten verfügte. Aber dass der Sound der Band, der Stil einfach nicht griffig war und nicht von Erfolg gekrönt werden konnte. Und die Band löste sich auf. Gary war 18. Er machte natürlich weiter. Und als Gastmusiker bei der Band Dr. Strangely Strange, eine Folkband mit englischen traditionellen Songs, spielte er die Liedgitarre. Und auch das passte nicht wirklich zusammen. Gary war immer noch ziellos. Mit seinem hervorragenden Gitarrenspiel irrte er zwischen den Stilen hin und her. 1973 machte Gary eine Soloplatte, Grinding Stone, eine Fusion-Musik. Die setzte er dann fort mit der Formation Kolosseum II. 1978 versuchte er sich im Hard Rock und da schaffte er erste Erfolge. Aber auch nicht von Dauer. Und so wechselte er wieder zurück zum Hard Blues. Sein Vorbild von früher, Peter Green, trat damit seinem Stil total in den Mittelpunkt. Und Gary blieb bis zum Ende seiner Tage diesem Stil treu. Hard Blues. Phil Leinhardt war 20, als er Skid Row verließ. Da ging es ja eigentlich erst richtig los. Er wollte eine Band gründen und er sollte der Leader sein. Er brachte sich das Bassspiel bei und singen war sowieso seine Stärke. Sein alter Kumpel Brian Downey, Schlagzeuger, den nahm er hinzu und der war auch absolut begeistert. Eric Bell, ein routinierter Gitarrist in Belfast, kam hinzu. Wahrscheinlich der Meinung, dass er in einem Trio mit seinen gitarristischen Fähigkeiten sehr gut zur Geltung kommt und sein Spiel breiten Publikum präsentieren kann. Aber es kam etwas anders. Die ersten beiden Alben waren bei Weitem nicht gitarrendominiert. Das war eine wilde Melange aus Singer, Songwriter, Psychedelika, Blues, Rock. Keine klaren Konturen und ein bisschen keltisch war auch dabei. Für den Gitarristen Eric Bell sicherlich nicht das, was er sich vorgestellt hat. Und selbst mit der zweiten Platte kam es nicht viel anders. Aber sie hatten bei Decker ein unglaubliches Standing, denn es gab noch die Aufnahmen zu einem dritten Album. Und das entsprach schon durchaus dem gängigen Rock mit sehr guten Songs und guten Einfällen. Ich persönlich bin begeistert von dem Album. Es hat aber trotzdem noch nicht zum Erfolg gereicht. Erst wie die Band sich zum Quartett entwickelt hat und zwei Gitarristen in der Band waren, ginge steil bergauf. Später kam sogar noch einmal Gary Moore zum Line-Up dazu. 1974 als Gast und 1978 bei einem Mega-Album von Tin Lizzy, Black Rose. Drei Power-Trios habe ich euch berichtet. Aber eins müsst ihr noch wissen. Das zweite Album, der Band Taste, On The Boards, war ein Mega-Album. Es erreichte lediglich Platz 18 in den UK-Charts. In Deutschland 33. Aber diese Platzierung wird diesem Album meiner Ansicht nach nicht gerecht. So viel Gitarre akzentuiert und nicht nur schroffe Riffs, sondern auch wirklich eingelagert in einem Bass- und Schlagzeugspiel. Vielleicht sogar etwas zurückgenommen, um dann mit aller Dominanz die Gitarre auszuspielen. Ob das What's Going On ist oder Eat My Word. Es ist ein tolles Album. Es ist von großer Tragik, dass alle drei schon tot sind. Das Leben nahm eine Abkürzung. Phil Leinhardt starb 1986. 1986 mit 36 Jahren. Rory Gallagher starb 1995 mit 46 Jahren. Und Gary Moore starb 2011 und war 59. Sie haben uns ein wunderbares Werk hinterlassen. Daran können wir uns immer noch erfreuen. Und mit dieser Dankbarkeit denken wir an sie. Holt eure Scheiben raus und spielt sie ab. Und freut euch, dass es sie gegeben hat. Und dann können wir uns auf die Schmerz. 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 Und dann können wir uns auf die Schmerz.